Leute, neue Runde, neues Glück! Und das mit dem Grafik-Bug an T29. Ich habe irgendwie die Originals verloren. Jetzt sieht der hier so ein bisschen komisch aus. Egal. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren Richtung Norden. Der Gegner hat ziemlich viele Jagdpanzer. Ich denke mal, die warten auf uns, wenn sie schlau sind. Beziehungsweise, was machen unsere? Die stellen sich hier als Kanonfutter bereit. Da hinten ist auch rot abgedeckt. Ja, fahren wir mit. Passt. Da unten kommt schon was gefahren, T50. Der fährt aber in die andere Richtung. Was macht der hier? Und jetzt den Berg hochkriegen. Mit gefühlten 10 kmh. Oder gleich noch weniger. Mal schauen. Okay, noch weniger. Und noch erhält die 11. Geil. Der ist aber auch sehr offen hier unten. Wenn der beobachtet wird, kriegt der gut Feuer. Hier oben halten wir schon mal ein bisschen auf. Das ist sehr gut. Artillerie haben wir gar keine. Also brauchen wir uns nicht so sehr in die Ecken quetschen. Das ist sehr gut. Okay, was geht hier ab? Nicht viel. Ich habe da sehr gut aufgehalten. Panzer 3, du übertreibst nicht. Ist die Matsch. Ich denke nicht. Ich kann genau sowas machen mit dir. Auch wenn es jetzt gerade keiner war. Okay. 4 Seiten nebenher. Zoomen wir noch mal ran. Toll. Ich fahre trotzdem weiter. Ich habe es nur beschädigt. Ich weiß nicht. Wo ging der denn hin? Der war immer voll krumm. Der hat voll Schwerkraft hier mitgenommen. Komm. Der war auch nicht viel besser. K suprem das Lutz ist zu 38 Sekunden damit sein. Schen wir den da drüben. Es fährt nur unten. Oh. Ich kann mal nicht entscheiden. Oh. Schlechet. Und doch da ist er. Wir haben sich wohl erwischt. Kapika. Da hast du nur 4% Ich will trotzdem meine Seite nicht so offen zeigen. Wir haben sie nicht mal angekratzt! Der will sterben! Toll! Ich habe es mir gedacht! Und da ist das auch passiert! So, als dem aber hier mal die Ketten abschließen, dass der nicht ständig abhaut! Mein Gott ey! Wie schlecht ist diese Kanone! Er hat immer noch 100%! Kann er nicht sein, oder? Ja toll! Guck mal wo ich hinziele und wo der dann schlicht landet auf der Kette! Na komm! Klingeling! Was sieht hier auch was? Ich krieg da auch Schaden! Guck mal wie gemütlich der da steht! Nicht auf dem Kuchen! Boah, ich hab mal Schaden gemacht! Juhu! Ich fühl mich voll immer! So, was geht hier hinten ab? Ah, scheiß Quallen! Ah, hier der DB! Der älger hat den Panzer dabei! Komm, zuck vor! Guck mal, ist die Kanone schlecht! Das hasse ich bei den Panzern! Und deswegen liebe ich vermutlich die Deutschen! Weil die Wenden sind zick genauso! Na komm, guck mich an! Guck mal hier, wie die vorbeiziehen! Das ist schon 100% cool! Das ist schon 100% cool! Na endlich! So, jetzt geben wir das Spiel hier! Okay, noch nicht! Na komm! Das ist schon 100% cool! 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 Auf geht's Richtung KV! In welche Richtung fahre ich? Ah, da kommt sie mir! Das ist gut! Das ist schon 100% cool! Ah, die Kanone ist so ätzend! Hey! Ist das frech? Ja! Gerade drüber gekratzt! Endlich! Wir haben sie! Jetzt haben wir den Turm bewegen! Deshalb können wir schon jetzt Stelle zum Ziel hinbekommen! Na komm! Na komm! Na komm! Schnawoll, wir gehen nächster! Ja, die folgen mir! Oh, der hat ja gar nicht mehr viel Leben! Das ist schlecht! Und der flüchtet! Ich will jetzt Flüchtes an seiner Stelle machen! Weil die Seite hat nicht viel! Wir haben sie! Äh, Panzer! Das fand ich in die Suche eigentlich schlecht! Boah, zieh! Komm, go go go! So! Hm, warum bruckelt denn das so? Das fühlt sich doch nicht so aus! Oh, ist egal! Erstmal der hier! Der macht schöne Scherzen mit uns! Hör doch mal auf zu rollen! Blöder Panzer! So, jetzt aber! So, jetzt aber! Ah, Talando erwischt! Den krieg ich nicht! So, fährt der lang? Fährt der hier unten lang? Wir haben sie! Ich glaube ja! Wir haben sie! Oh nein, jetzt zieht er noch den Panzer da rein! Ja, das ist gut! Der ist schnell, er kann ihm ausweichen! Und er fährt da noch vor! So! Komm, gib Gas! Wo ist mein Juh? Wo ist mein Juh?! So, das war mal echt nubig von mir. Keine Ahnung was da mit dem Zoom los war. Wenn er noch einmal hier zurückkommt. Oh, der ist sogar afkar. Der ist ja blöde. Naja, ich mein, der ist gut für uns aber. Los, meine und die sind fertig! Wo schießen wir die Seite rein? Du musst doch mal treffen. Bleibt doch einfach stehen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Oder auch nicht. Gut. So, na dann bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Tschö tschö!